Hi Leute, guck mal, also ich bin jetzt wieder zu Hause und ja, ich packe hier halt mal so einen Filter. Da liegt mal, also dort steht mein Schreibtisch, hier ist mein Boden, ein schöner Teppich. Und dann ist dort die Liga in der Moxico-Huse in der Tragetasche. Ja, dann liegen dort die Kissen und so, was ich mal aus Bezug oder aus Bettdecke oder sowas hatte. Dann ist hier meine Treppe. Ja genau, und dann liegt dort auf dem Sofa die Sally. Und das ist mein Hochbett, also die liegt unter dem Hochbett. Jo, Mensch, das Mäuse. So mal ran. Da liegt sie. Und hier ist halt, hier liegen Lotta und Tamara auf meinem Sitzsack. Hier ist noch die Jacke von Alia, so ein Kissen, Kutteltiere. Jo, da sind sie gerade drauf. Mein roten Sitzsack. Ja, mein Horn, mein Ranzen. Und hier so meine Ecke, so ein Beutel, so eine Gitarre. Ja, das war so ein kleiner Rundgang, wo ich nach Hause gekommen bin. Und da stehen sie gerade hier sozusagen, oder das machen sie gerade. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss.